Musik Das sind die ersten Aufnahmen der Kämpfer von Budapest, die sich zu den deutschen Sperrlinien im Westen der Stadt durchgeschlagen haben. Musik Sie spiegeln diese Bilder Strapazen und die Härte der Kämpfe wieder, die nach dem heldenhaften Kampf in Budapest zwischen dem Tage des Ausbruchs und der Ankunft bei unseren Truppenlagen. Musik 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 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG